Schön, dass ihr diesen Mittwoch wieder eingeschaltet habt, wo wir uns gemeinsam wieder ein neues Tool angucken, mit dem ihr hoffentlich besser Japanisch lernen könnt. Ich stelle euch mal wieder nämlich ein Tool vor, was ich selber nutze und wovon ich auch sehr überzeugt bin und was mir wirklich sehr gut hilft, einfach beim Japanisch lernen. Und witzigerweise ist es in erster Linie gar kein Tool, um direkt Japanisch zu lernen, sondern ein Karteikartenlern-Tool. Vielleicht kennt es ja der eine oder andere von euch schon, heute geht es um Anki, vielleicht schon im Titel gesehen. Und ich will gar nicht so viel reden, deswegen steigen wir auch gleich hier über auf den Bildschirm. Ich mache mich mal ganz kurz kleiner und dann können wir anfangen. Ich habe es nämlich schon einmal aufgemacht an dieser Stelle. Und ihr seht, ich habe hier verschiedene Stapel, das müsst ihr euch vorstellen, wie ihr früher so Karteikarten hattet. Auf der einen Seite schreibst du das deutsche Wort, auf der anderen Seite, das ist eine andere Sprache, Japanisch zum Beispiel, vielleicht noch mit Schriftzeichen, mit Kanji, mit Hiragana, Katagana, je nachdem. Und dann lernst du es, guckst dir an, überlegst, weiß ich, wie die Übersetzung ist und dann kommt es in den nächsten Stapel. Und genau das nimmt Anki für dich ab. Wo liegt jetzt der Effekt? Ihr könnt natürlich viel mehr Karten hier rein speichern und es ist natürlich auch viel leichter unterwegs mitzunehmen als eine große Karteikartenbox. Ihr könnt das Ganze am Handy auch nutzen und dann müsst ihr nicht 3000 Blätter mitnehmen, um alle eure Karteikarten zu lernen. Das sind jetzt die verschiedenen Stapel. Könnt ihr euch vorstellen, sozusagen themenmäßig. Ich habe hier oben japanische Vokabeln, die wichtigsten 2000. Ich habe hier mal ein Anime-Kartendeck hier reingemacht. Da kommen wir später noch zu, wo man die eigentlich findet. Man muss nämlich nicht das Ganze neu erfinden. Und dann habe ich hier zum Beispiel das Wichtigste, was ich euch gleich mal zeigen will, die Kanji lernen und behalten. Das Buch, was ich euch schon mal vorgestellt habe, mit dem ich ja die Kanjis lerne. Und das Reverse bezieht sich auf die Kanjis lernen und behalten. Da habe ich das einfach mal umgedreht, den Stapel. Und dann habe ich hier noch von der VHS meine Vokabeln zum Teil. Und dann probiere ich manchmal Decks aus. Ich kann euch auch sagen, was auf jeden Fall schon mal ganz hilfreich ist. Wir fangen einfach mal an. Wir können ja mal hier zum Beispiel raufklicken. Dann könnt ihr mal sehen, wie das funktioniert. Jetzt sehe ich fünf Wiederholungen. Ich habe das jetzt nochmal so eingestellt. Im Schnitt wiederhole ich 15 Kanjis am Tag und lerne drei neue. Genau. Die neuen würden hier stehen und die wiederholenden stehen unten. Jetzt draufklicke, dann seht ihr, jetzt habe ich hier ein Kanji. Und das müsste, oh, das ist eine gute Frage, was das ist. Das müsste hier brennen. Ja, das Schilf, was brennt. Ja, so war das. Ich kann euch natürlich nur einen Teil zeigen. Aber ihr seht das ja gar nicht so gut. Ich schiebe mal mein Bild runter hier an der Stelle. Wenn man von einem Rudel Wildhunde gejagt wird, sollte man sich in der Schilfblüte verstecken und anschließend herauskrabbeln und das Schilf im Brand stecken, um seine Verfolge abzuhalten. Ja, das ist zum Beispiel so eine Geschichte, um sich dieses Kanji zu merken. Ich könnte jetzt sagen, oben ist zum Beispiel die Blume. Links haben wir das Rudel Wildhunde und rechts haben wir das Kanji für Feuer. Und daraus setzt sich dann zum Beispiel das zusammen. Und für mich ist es so, ich sehe das Bild und dann muss ich erraten, okay, weiß ich das Wort und die Geschichte und dann ist super. Und dann könnte ich jetzt unten sagen, okay, ich wusste es, dann ist gut, mir ging es eher schwer. Also ich hatte schon im Kopf, was es ist. Mir fiel bewusst, der Begriff schilf gerade nicht. In dem Moment, dann würde ich sagen, wahrscheinlich schwer. Oder ich sage, okay, ich wusste es einfach gar nicht, dann wäre der Punkt nochmal relativ wichtig. Dann kriege ich es in der gleichen Session, wo ich jetzt drin bin, auf jeden Fall nochmal angezeigt und kann damit nochmal lernen. Oder ich sage, es war so einfach, ich wusste es auf den ersten Blick. Dann geht es weiter. Und ihr seht, 1,8 Monate, 1,2 Monate, 1 Monat, 10 Minuten. Je nachdem, wie oft ich es schon wiederholt habe. Am Anfang sind es erst zwei Tage, dann geht es auf fünf bis sechs. Ihr könnt diese Intervalle auch selber stellen. Ich habe sie jetzt von Hause aus gelassen, wie sie bei Anki sind. Und dann rutscht es halt einfach immer weiter nach hinten, je nachdem, wie gut ihr es könnt. Also wichtig ist natürlich, ihr müsst ehrlich sein. Wenn ihr ein Wort nicht, wenn es euch schwieriger gefallen ist, dann gebt einfach an, dass ihr es wiederholt. Es bringt euch nichts zu sagen, ich konnte es und es rutscht nach hinten und eigentlich könnt ihr es nicht. Und wenn es das nächste Mal kommt, geht es wieder nicht. Da lieber ehrlich sein mit euch und sagen, okay, ich konnte es nicht. So, wir machen mal schwer. Ihr seht, da haben wir das nächste. Das heißt, sich merken oder studieren. Naja, ihr seht schon, ich konnte es nicht. Das heißt, Studierenden. Das Kind sitzt einem Schulhaus und studiert. Genau, das ist das Kind da drunter. Und oben nennt man hier das Schulhaus-Ausprimitiv. Ich kann euch natürlich jetzt nicht alle zeigen, auch aus Copyright-Sachen. Da solltet ihr euch das Buch kaufen, wenn ihr es braucht. Das Gute ist immer auch nochmal zu wiederholen. Diese Karten lege ich ja selber an. Dazu kommen wir nämlich gleich nochmal. Jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, nochmal. Und dann seht ihr, hier unten ist eins auf rot gerutscht. Das heißt, eins wird in dieser Runde nochmal wiederholt. Das muss ich unbedingt lernen. Genau, soweit dazu. Erstmal. Ihr habt natürlich noch allmögliche tausend Funktionen. Die möchte ich euch auch gar nicht vorstellen, weil ich benutze wahrscheinlich nur 10% des Funktionsumfangs von Anki. Ihr könnt es noch viel vertiefen. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Wir können mal wieder zum Stapel gehen. Und wenn ich jetzt alle vier gelernt hätte, dann würde er am Ende sagen, super, du hast deine tägliche Dosis abgehakt für heute. Ja, wenn wir jetzt mal in die Kartenverwaltung gehen, dann seht ihr hier, können wir auf der linken Seite unsere Decks uns angucken zum Beispiel. Und da habe ich zum Beispiel damals einfach das Deck neu angelegt. Das könnt ihr hinzufügen, über hinzufügen oben machen. Und dann könnt ihr neue Karten anlegen, beziehungsweise auch neue Decks. Das können wir auch nochmal gleich zeigen. Und wenn ihr jetzt mal was bearbeiten müsst, zum Beispiel, ich will nochmal das Kanji. Ja, das hatten wir denn hier mit dem Schilf. Ich kann es nicht mehr genau wissen, wo es ist. 200 irgendwas hatte ich gedacht. Na, ist egal. Wir können uns ja auch einfach mal ein ganz einfaches Kanji an der Stelle nehmen, was ihr kennt vielleicht. Nehmen wir uns doch mal die 3 hier an der Stelle. Seht ihr, hier ist die Vorderseite der Karte. Das ist das Kanji für 3. Ich habe nochmal das dahinter, falls ich im Buch nochmal nachschlagen möchte und mir angucken möchte, die Zahlen dahinter gestellt. Und der Rückseite ist 3. Und bei den späteren haben wir hier auch P für Primitive oder Geschichten und so. Und das könnt ihr dann einfach hier drin bearbeiten und dann ist es abgespeichert. Das Ganze könnt ihr euch auch synchronisieren lassen, wenn ihr euch bei Anki einen Account macht. Dann habt ihr die Möglichkeit, das Ganze online zu synchronisieren und auch am Handy zu nutzen. Zu den Apps kommen wir auch gleich nochmal. Und ihr seht, hier ist alles drin. Hier, da ist auf jeden Fall ein größerer Abstand. So, dann könnte man das so speichern. Ihr seht, hat er gleich übernommen. Wir müssen nämlich mal speichern klicken. Und ihr könnt auch noch Schlagworte. Und also man kann wirklich tausende Filter auch setzen. Das sind zum Beispiel von den Decks, die ich mir mal zum Ausprobieren reingezogen habe. Also wirklich, dieses Programm bietet so viele Möglichkeiten. Und wenn ihr jetzt mal eine neue Karte erstellen wollt, dann könntet ihr hier hinzufügen klicken. Und dann könnten wir uns zum Beispiel online mal ein Kanji raussuchen. Dann suchen wir uns einfach mal das Kanji jetzt für Wasser raus. Dann habt ihr wahrscheinlich auch so eingeben können. Auf Deutsch, aber ist jetzt egal. Dann habe ich hier das Kanji. Ich benutze meistens, vielleicht doch noch zur Hilfe, falls ihr damit Kanjis lernen wollt, in erster Linie. Ihr könnt ja auch Vokabeln lernen. Das ist ja auch nicht unmöglich. Da zeige ich euch auch noch gleich. Den könnt ihr natürlich auch, beziehungsweise für Kanjis, genau, sind wir hier, G-Show nutzen. Wirklich sehr, sehr gut, um was zu finden auch. Ihr könnt hier oben nämlich nach den Wörtern suchen. Auf Englisch natürlich das Ganze. Aber ihr könnt auch nach Radikalen euch sortieren lassen, die Sachen. Das könnte ich auch nochmal in einem anderen Video einfach an der Stelle vorstellen. Aber das ist mein Tool der Wahl, um zum Beispiel mir meine Kanjis rauszusuchen. Auch zum Üben, zum Beispiel die Strichreihenfolge. Wir können mal wieder einklappen. Dann habt ihr hier nämlich die Möglichkeit, auch mal so zu sehen, wie es geschrieben wird. Aber jetzt kommen wir zu einem späteren Video. Ich ziehe hier was vor. Dann nehme ich mir hier das Kanji, trage das hier ein und schreibe dann hier drunter Wasser zum Beispiel. Ihr könnt jetzt natürlich auch das als Vokabel nehmen, weil es ist ja auch einzeln als Wasser möglich. Dann kann ich hier einstellen, ob es ein einfacher Typ ist. Es gibt nämlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man eine Karteikarte aufbaut. Man kann noch einen Sound mitnehmen, man kann noch Farben mit reinnehmen, noch mehrere Kartenseiten. Also das sind tausend Möglichkeiten an der Stelle. Und hier könnt ihr halt einfach den Stapel auswählen, beziehungsweise auch einen neuen Stapel einfach hinzufügen. Und so habt ihr auch einfach schon eine Karte hinzugefügt. So einfach geht es. Verwerfen. Genau. Und hier habt ihr den Synchronisieren-Button. Das seht ihr kurz. Jetzt prüft er. Hat sich irgendwas geändert? Hat sich nicht. Ich kann mir auch meine Statistiken angucken. Ihr seht, zeigt da ein bisschen merkwürdig an. So viel lerne ich im Schnitt. Rückstand im letzten Jahr. Ich hatte mal ein bisschen mehr gelernt. Wobei, ich glaube, da geht es auch um angelegte Sachen. Aber da gibt es auch eine schöne Statistik. Da freut ihr euch denn, wenn ihr gut gelernt habt. Das könnt ihr euch dann angucken. Und das war es auch eigentlich schon mit der ganzen Zauberei an der Stelle. Ich zeige euch jetzt nochmal, wo ihr zum Beispiel Decks herbekommt an dieser Stelle. Erstmal können wir hier Anki eingeben mal. Dann seht ihr Anki Powerful Intelligent Flashcards. Und gehen wir erstmal kurz hierzu. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze für Windows runterzuladen auf euren Windows-PC. Ihr habt die Möglichkeit, auch die Mac-App runterzuladen. Es gibt das Ganze auch noch für Linux und für iPhone und Android. Und da gibt es die kleine Problematik, wenn ich das jetzt euch mal zeige. Die App für Android ist kostenlos. Die App leider für iPhone kostet 24,99 Euro, was schon ganz schön teuer ist. Wer es sich leisten kann, der kann es machen. Es gibt die Alternative. Ihr könnt einfach Anki Web benutzen. Es gibt hier oben diese Schaltfläche Anki Web. Damit könnt ihr euch anmelden. Und das könnt ihr auch einfach im Browser am Handy aufmachen und euch über diesen Link AnkiWeb.net anmelden. Und dann ist das Ganze auch mobil optimiert. Also ich lerne zum Beispiel bei meinem iPhone. Ich kann es euch mal kurz aufmachen und in die Kamera halten. So, machen wir mal die Kamera kurz ein bisschen größer. Denn, wenn ihr das Ganze hier mal sehen könnt. Genau, also ihr habt gesehen, das ist alles super mobil optimiert. Das passt sich perfekt an den Bildschirm. Da habt ihr wirklich keine Probleme mit. Also wer sagt, 24 Euro ist mir zu viel, vollkommen okay. Denn macht es einfach so. Nimmt die Web-Variante einfach. So ein Tipp. Oder ihr sagt, ich will unterstützen. Es ist ein Open-Source-Projekt. Die nehmen kein Geld ein. Da gibt es keine Werbung, kein gar nichts. Und wenn ihr sagt, hey, ich will die unterstützen, weil ich es vielleicht cool finde. Dann könnt ihr euch auch die App kaufen. Je nachdem, was ihr wollt. Die Entwickler machen das ja alles Open-Source und freimäßig. Genau, man kann ja auch selber mit entwickeln. Ja, dann könnt ihr euch da nämlich auch einen Account anlegen. Genau, dafür braucht ihr dann aber auch einen Account. Das ist vielleicht noch wichtig zu sagen. Ihr müsst euch dann einen Anki-Account anlegen, wenn ihr die Web-Variante nehmen wollt. Aber wenn ihr synchronisieren wollt unter den Geräten, braucht ihr eh diesen Account. Von daher wäre das jetzt auch mit der Handy-App nicht anders. Ja, wenn wir jetzt mal nach Dex suchen. Anki, Dex und dann Japanese zum Beispiel eingeben. Dann findet ihr hier, wir kriegen den ganzen Themen-Stapel an geteilten Dex. Man kann nämlich Dex auch teilen. Und ihr seht einen Haufen an japanischen Lernkarten-Dex. Und das sind wirklich viele. Hier oben wichtig ist immer auf die Ratings zu achten. Also wenn ihr jetzt was mit zwei Sternen habt, dann solltet ihr vielleicht erstmal Abstand nehmen davon. Und erstmal schauen, wie das oben aussieht. Zum Beispiel hier haben wir Basic-Hiragana. Und dann gibt es zum Beispiel hier auch mit Ton. Okay. Und also es ist immer so eine Vorschau von drei Karten. Ihr seht hier, 46 Karten sind da drin. Und auch die Ratings sind immer wichtig. Ihr seht hier 271 Daumen hoch, 7 runter. Also es ist ein gutes Steak. Hier haben wir zum Beispiel die Core 2000. Sag ich mal, die 2000 wichtigsten Vokabeln, die man sagt. Und dann habt ihr hier zum Beispiel Bilder auch noch dabei. Also da gibt es schon wieder viel mehr Möglichkeiten. Manche haben noch Beispielsätze dabei, wirklich. Dann habt ihr hier auch nochmal, da gibt es ganz verschiedene. Müsst ihr euch immer mal die Description durchlesen. Da steht immer nochmal vier drin. Das ist natürlich alles auf Englisch. Es gibt wenig deutsche Decks, muss man sagen, für Anki. Vielleicht gerade im Japanischen andere Themen vielleicht schon mehr. Aber Japanisch ist jetzt halt auch irgendwie ein sehr ausgewähltes Thema. Aber wenn ihr wieder das Englisch mächtig seid, beziehungsweise zum Hiragana lernen, ist es ja egal. Also da habt ihr eh nur den Laut, den ihr lernen wollt. Da würde auch in einem deutschen Ke stehen und hier Mäh. Von daher. Genau, was vielleicht noch ganz spannend ist. Es gab hier auch zum Beispiel von Remember the Kanjis. Gibt es theoretisch ein Deck. Ich glaube, dass das Ganze aber alles ein bisschen rechtsmäßig in der Grauzone ist. Ich würde euch eh empfehlen, wenn ihr zum Beispiel Sachen lernt, auch gerne die Kanji. Also die Kanjis sowie die Vokabeln einfach selber anzulegen. Das hat einfach auch den Lerneffekt dabei. Also wenn ihr euch alles runterladet und es drinne habt, dann ist auch erstens die Überwindung zu lernen. Damit immer ein bisschen schwieriger. Wenn ihr selber diese Karteikarten per Hand anlegt, habt ihr allein schon beim Anlegen diesen Lerneffekt zu suchen. Die Hiragana-Schreibweise rauszusuchen und vielleicht die Kanji-Schreibweise und das alles reinzumachen. Da kann man ja viele Möglichkeiten nehmen. Und das kann euch total helfen an der Stelle. Und deswegen, ich würde euch empfehlen, guckt euch zwar die Decks an, was gibt es da vielleicht gerade mit Vokabeln, ist vielleicht ganz spannend. Aber so versucht, was geht auch, was ihr selber lernt, so in euren Büchern, in den verschiedenen Sachen, die ich euch vorstelle, auch selber vielleicht mal aufzunehmen, zu suchen und die Karteikarten zu bauen. Das macht zum einen Spaß und zum anderen ist der Lerneffekt wirklich hoch und auch die Motivation danach, mit den eigenen Karten zu lernen, sehr hoch. Und vielleicht könnt ihr die ja auch mal anderen zur Verfügung stellen oder mit anderen gemeinsamen Decks bauen. Genau, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, dass ich euch damit ein cooles Tour vorstellen konnte. Vielleicht lernt ihr auch eine andere Sprache oder habt ihr auch ganz andere Einsatzmöglichkeiten. Ihr studiert vielleicht oder bringt euch gerade andere neue Sachen dabei. Anki ist ja nicht nur gut für Japanisch, sondern für jegliche Sprache oder für jegliches Themenfeld. Ich habe damit Informatik-Sachen gepaukt auch. Daher kann ich euch super am Herzen legen, das Ding zu nutzen. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen. Vielleicht, wenn ihr es schon nutzt, was ihr damit lernt. Vielleicht Tipps und Tricks auch für die anderen gerne in die Kommentare. Und gebt auch gerne einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Ich danke euch fürs Einschalten und bis nächsten Mittwoch. Ciao!